Servus miteinander, da ist der Martin im Auftrag von Olight. Ich darf euch heute eine neue Waffenlampe vorstellen, die PL Turbo Valkyre. Die hat bis zu 800 Lumen und eine Reichweite von 515 Metern. Betrieben wird sie mit zwei Stück CE123A Batterien, die werden da hinten eingelegt. Man kann aber auch die RCR123A, die wiederaufladbare Variante, verwenden. Die Montage ist schon bekannt, das dreifach längs verstellbare Schienensystem und mit der Schraube, damit das Ganze auch fest an der Waffe hält. Verfügbar ist ein Picatinny Adapter und einer für die Glock Variante. Bedient wird die Lampe entweder von links oder von rechts mit den Schaltern, die da an der Heckklappe montiert sind. Der Blick vorne in den Reflektor zeigt uns eine neue LED mit einem kleinen, runden Teil, also die Fläche, die das Licht aussendet. Und das Ganze führt zu einem sehr tollen Lichtbild. Schauen wir uns mal das Lichtbild an. Hier habe ich die Valkyre Turbo, diese LEP Lampe, die nur den Lichtpunkt in der Mitte hat und keinen Spill rundherum. Die PL Turbo aber kann beides. Die hat den konzentrierten Lichtstrahl in der Mitte und trotzdem den Lichtkegel rundherum, der wirklich alles gleichmäßig beleuchten kann. Ich habe das Ganze auch im Tunnel ausprobiert, das zeige ich euch jetzt schnell. Noch einmal. LEP Technologie, Valkyre Turbo, PL Turbo, LED Technologie, über 500 Meter 800 Lumen, über 500 Meter bei nur 250 Lumen. Das ganze extra Licht geht hier in den Spill rein, damit man auch wirklich gute Zielerfassung haben kann. Die PL Turbo gibt es jetzt im OFENDe Sale bereits unter 76 Euro und wenn man ein paar Euro drauflegt, kann man ganz günstig noch ein tolles Bandl draus schnüren. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, kommentiert bitte einfach dieses Video oder schreibt mir den Link zu meinem Facebook-Profil, findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen und pfiat euch.